Eine der momentan angesagtesten Kryptowährungen ist der Coin von SUI. Was SUI ist und wohin die Reise hier gehen könnte, was das mögliche Potenzial von SUI sein könnte, das möchte ich in diesem Video einmal beleuchten. Mein Name ist Steffen und auf meinem Channel geht es um die fundamentale Analyse von Aktien und von Kryptowerten. Wenn euch das also auch interessiert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich unterstützt, indem ihr auf Abonnieren klickt und natürlich das Glöckchen nicht vergesst. Wie gewohnt blicken wir zuerst auf den Chart, sehen uns dann fundamentale Daten an, wie SUI grundsätzlich funktioniert, wie man sich das vorstellen kann und wagen dann einen Blick in die Glaskugel, um mal so ein bisschen herauszufinden, wo liegt denn das Potenzial von SUI. Hier könnt ihr einmal den Jahreschart von SUI sehen auf tradingview.com in US-Dollar und ihr seht, dass wir auf Sicht von einem Jahr so ungefähr 320% im Plus sind. Heißt also, hier konnte man richtig schön viel Geld verdienen. Allerdings möchte ich euch in diesem Jahreschart darauf aufmerksam machen, dass wir die momentanen Hochs auch schon mal gesehen haben und teilweise auch überschritten hatten. Das war so im März 2024. Danach kam ganz normal der Abverkauf, wie wir es auch flächendeckend im Cryptospace gesehen haben. Und erst jüngst, so innerhalb der letzten Wochen, ja innerhalb des letzten Monats, haben wir da nochmal so eine Kursverdoppelung, beziehungsweise mehr als eine Kursverdoppelung hingelegt. Man sieht also auch ohne Vergrößerungsglas, dass man hier im letzten Jahr mit SUI massive Gewinne machen konnte, wenn man gekauft hat, wenn man verkauft hat, wenn man vielleicht die Zwischenhochs ausgenutzt hat und dann wieder im Tief gekauft hat. Das Ganze führt dazu, dass ihr euch überlegen solltet, dass ihr vielleicht mit euren Kryptogewinnen steuerpflichtig seid, dass ihr euch vielleicht steuerehrlich machen solltet, machen könnt. Und damit kommen wir auf meinen Partner Cointracking. Cointracking sorgt dafür, dass eure Käufe, eure Verkäufe, eure Kaufpreise und eure Verkaufspreise ordentlich gesammelt und aufbereitet werden und ihr das am Jahresende in einer schönen, ordentlichen Übersicht für euch und auch für das Finanzamt habt. Denn bitte denkt daran, auch jetzt mal unabhängig vom Finanzamt, dass es wichtig ist, auch als Trader oder als langfristiger Investor immer zu wissen, was habe ich gekauft, wann habe ich es gekauft, wie hoch war der Gewinn oder wie hoch war im Zweifelsfall auch der Verlust. Denn es ist wichtig, immer zu wissen, wie viel Gewinn und Verlust ich halt über die Monate und Jahre gemacht habe. Und genau dabei hilft euch Cointracking. Es werden die unterschiedlichsten Blockchains und die unterschiedlichsten Börsen hier tatsächlich unterstützt. Lasst euch jetzt einfach mal in Ruhe durch den Kopf gehen. Die Grundversion ist übrigens kostenlos und mit dem Link unten in der Videobeschreibung von mir spart ihr 10% auf die Produkte von Cointracking und nochmal 5% auf Bitcoin-Zahlungen. Und da ich, wie ihr wisst, selber aus dem Bereich von Steuern und Steuerrecht komme und weiß, wie es auf der einen und auf der anderen Seite abläuft, sowohl bei den Steuerberatern als auch bei der Finanzverwaltung, möchte ich hier anmerken, dass das Geld, was ihr hier ausgebt, was durchaus eine Investition ist, nicht die schlechteste Investition ist, wenn man es mal mit den Kosten vergleicht, die auf euch zukommen können, wenn ihr halt Stress mit dem Finanzamt haben solltet. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Was macht SUI denn jetzt so einzigartig? Naja, zuerst muss man auf dieser Blockchain unterscheiden zwischen den eigenen, den persönlichen Objekten und den gemeinsamen, also den allgemeinen Objekten. Die persönlichen Objekte, die eigenen Objekte, die können immer einem User genau zugeordnet werden, zum Beispiel NFTs und die gemeinsamen Objekte, die können nicht genau zugeordnet werden und diese gemeinsamen Objekte, die braucht man, um einen Konsens zu erstellen. Während man bei anderen Blockchains also größtenteils das ganze Netzwerk braucht, um einen Konsens zu erstellen, ist das bei SUI nicht der Fall, sondern die eigenen Objekte und die gemeinsamen Objekte, die sind voneinander losgelöst und man braucht nur diese gemeinsamen Objekte und Validatoren, die das Ganze halt abgleichen und bestätigen. Und die eigenen Objekte, die sind davon in erster Linie nicht betroffen. SUI besteht im Kern aus drei Komponenten. Aus den Objekten, aus den Transaktionen und aus den Validatoren. Die Transaktionen, das sind die Änderungen und die Updates, die halt aufgezeichnet werden. Die Validatoren, das sind halt diejenigen, die den Konsensmechanismus bilden. Und die Objekte, das sind die grundlegenden Speichereinheiten innerhalb des SUI-Ökosystems. Bildlich gesprochen verfolgt SUI den Ansatz, dass nicht mehr ein Ordner für jeden einzelnen Teilnehmer auf dieser Blockchain erstellt wird und dann halt verwaltet wird, sondern dass jedes einzelne Objekt auf dieser Blockchain einen eigenen Ordner bekommt. Das sorgt dafür, dass wenn man zum Beispiel eine Wallet sich vornehmen will und die entsprechend kapern möchte, dass man dann nicht mehr Zugriff auf einzelne Objekte hat, die in dieser Wallet sind, sondern dass man die einzelnen Objekte angreifen muss, um Zugriff auf diese Objekte zu bekommen. Sonst ist es ja so, dass jeder Teilnehmer auf der Blockchain quasi einen Ordner, eine Wallet hat und wenn man das Ganze gekapert hat, hat man Zugriff auf alle Daten, zum Beispiel NFTs, Coins oder was auch immer. Das ist bei SUI hier nicht der Fall, weil die Sachen halt nicht zentral in einem Ordner abgelegt sind, sondern halt jedes Teil, jedes Objekt, jeder NFT seinen eigenen Ordner hat. Darüber hinaus kann man Transaktionen wohl parallel ausführen und das Ganze sorgt für eine unglaubliche Skalierbarkeit und natürlich auch für eine gute Sicherheit. Mir persönlich ist es tatsächlich schwergefallen, mir das bildhaft vorzustellen und es fällt mir immer noch ein bisschen schwer, mir das bildhaft vorzustellen. Ich habe es mir einfach so vorgestellt wie ein Hotel, wo viele, 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 viele Zimmer sind und eine zentrale Hotellobby. In den Zimmern ist es ja normalerweise so, dass da die Leute wohnen, also die einzelnen Teilnehmer einer Blockchain und in diesen Hotelzimmern sind dann die persönlichen Daten von diesen Leuten. In der Blockchain sind das zum Beispiel NFTs, aber innerhalb eines Hotels sind es dann die persönlichen Wertgegenstände. In der Lobby ist dann ein großer Bildschirm, den sich jeder angucken kann, wo drauf steht, wer in welchem Zimmer wohnt, wer überhaupt in diesem Hotel tatsächlich da ist, wer vorhanden ist und welche Transaktionen hier durchgeführt wurden. Wenn es jemand schafft, eine Wallet zu hacken bzw. in das Hotelzimmer zu kommen, das Hotelzimmer aufzubrechen, dann hat er Zugriff auf alle persönlichen Daten der Person, die halt da drin ist, die das eigentlich dort sicher verwahrt haben möchte. Zum Beispiel NFTs oder halt Bargeld in dem anderen Fall in unserem Hotelbeispiel oder persönliche Wertgegenstände wie eine teure Armbanduhr oder eine teure Handtasche oder was auch immer. Sui dreht das Ganze rum, indem man nicht sagt, die einzelnen Leute wohnen in den Hotelzimmern, sondern indem man sagt, wir packen einfach die Gegenstände der Leute separat jeweils in ein einzelnes Hotelzimmer. Und das sorgt dafür, wenn ich zum Beispiel 10 Gegenstände habe in meiner Wallet, dass ich dann auch 10 einzelne Hotelzimmer habe und in jedem einzelnen Zimmer ist immer nur ein Wertgegenstand von mir gespeichert. So habe ich es mir zumindest bildhaft vorgestellt. Wenn es komplett falsch ist, schreibt es bitte in die Kommentare. Soweit, so gut, so toll. Ich könnte euch jetzt hier noch ein paar Sachen vorlesen bzw. irgendwelche Sachen ablesen und so tun, als wenn ich das im Gänze wirklich technisch durchdrungen habe. Ich möchte aber an dieser Stelle sagen und ganz klarstellen, dass ich Sui in seiner letzten Konsequenz tatsächlich nicht verstanden habe. Warum erwähne ich das hier und gebe mir diese Blöße und mache dann trotzdem ein Video dazu? Weil ich euch auf ein paar Sachen hinweisen möchte, die mir hier mal wieder schmerzhaft bewusst geworden sind. Ich habe in Vorbereitung auf dieses Video wirklich sehr, sehr viele Artikel gelesen, habe die Sui-Homepage rauf und runter gelesen, habe Blogbeiträge gelesen, habe mir auch Videos von anderen YouTubern angeguckt. Und mir ist immer wieder aufgefallen, dass es an den entscheidenden Punkten sehr, sehr abstrakt teilweise ist, dass man gar nicht richtig versteht als Außenstehender, der jetzt vielleicht nicht super, super, super in dieser Kryptonische drin ist und sich hier in jedes Detail einliest, dass man dort nicht unbedingt wirklich weiß, was ist denn damit wirklich gemeint. Zum Beispiel mit einem byzantinischen Rundfunkprotokoll. Ich finde an dieser Stelle, ich gehe mal davon aus, dass immer einer vom anderen abschreibt und dass man dann sagt, wer das nicht weiß, der ist ja richtig, richtig blöde oder sowas. Aber an der Stelle hätte man gut daran getan, zum Beispiel solche Formulierungen wie byzantinisches Rundfunkprotokoll entweder mit einfachen Worten zu erklären oder andere Wörter dafür zu verwenden. Wo ich mich dann tatsächlich in letzter Konsequenz schwer tue, nur wirklich zu begreifen, was denn hier im Einzelnen passiert. Und das ist tatsächlich aus Anlegersicht oder aus Investorensicht ein echtes Problem. Denn man soll ja nur in das investieren und das kaufen, was man wirklich verstanden und durchdrungen hat. Jetzt sage ich von mir, okay, ich bin jetzt nicht unbedingt so der dümmste Mensch, den es vielleicht gibt. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, wie geht es denn vielleicht anderen Leuten, die jetzt hier nicht die absoluten Looten-Krypto-Cracks sind und hier jedes Detail sofort verstehen oder was auch immer. Gibt es ja in jedem Bereich solche Leute, die sich halt in jedes Detail einlesen und das richtig feiern und dort richtig in ihrer Nische sind. Aber es ist halt genau das. Es ist eine Nische, eine Nische, die vielleicht wichtig ist, die für andere Leute, für die Masse der Bevölkerung nicht wichtig ist. Und die Frage ist doch, was bringt es denn der Masse der Menschen, hier bei SUI mit dabei zu sein und SUI dann auch in letzter Konsequenz zu nutzen. Es ist halt wie in sehr, sehr vielen anderen Krypto-Ökosystemen auch. Dort wird geforscht, dort wird gemacht, dort wird was Neues ausprobiert. Das Ganze kann gut funktionieren. Es muss nicht gut funktionieren. Die bisherigen Kurssteigerungen sind richtig, richtig toll, weswegen man natürlich denkt, dass es sinnvoll wäre, hier zu investieren. Aber ich möchte darauf hinweisen, ihr erwerbt hier keinen Anteil an dieser Idee. Das hatte ich schon mal bei Ripple angesprochen und ich werde nicht müde, es immer und immer wieder zu betonen, weil es meines Erachtens wichtig ist, zu verstehen und auch zu akzeptieren und in seine Risikoprognose, in seine eigene Risikoanalyse mit einfließen zu lassen, dass es einen Unterschied gibt, ob ich mich an einer guten Idee beteilige, an der Wertschöpfungskette oder ob ich sage, ich kaufe hier diesen Coin, was ja der Ausfluss von dieser Idee ist, um dann zu hoffen, dass der Coin steigt, fällt oder was auch immer. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied, den ihr berücksichtigen solltet. Ich meine, vielleicht bin ich einfach zu dusselig, um hier wesentliche Sachen bei SUI zu verstehen, die so selbsterklärend sind, dass man darüber eigentlich gar nicht reden braucht. Aber ich gebe offen zu, in letzter Konsequenz wirklich verstanden, was hier im Einzelnen passiert, wie der technische Ablauf ist, das habe ich tatsächlich nicht. Und diese leider für mich sehr bittere Erkenntnis, ich bin gewohnt, dass ich im Regelfall alles verstehe, was so passiert oder dass ich mir zumindest einbilde, dass ich alles verstanden habe. Diese bittere Erkenntnis möchte ich einfach mit euch teilen und euch sagen, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn man mal Sachen nicht weiß, wenn man Sachen nicht versteht und dass man das aber akzeptieren sollte oder vielleicht in erster Konsequenz erstmal realisieren sollte, dass man die Sache vielleicht nicht so ganz durchdrungen hat und dass man nicht bei allem mit dabei sein muss, nur weil das gerade nach oben geht, nach unten geht oder was auch immer. Sicher, wenn man spekuliert oder wenn man einfach nur tradet, kann man das natürlich super nutzen. Da interessiert einen die Technik ja eher wenig. Aber wenn man hier sagt, das ist ein richtig, richtig tolles Projekt und hier in Zukunft geht es richtig, richtig vorwärts, mit voller Kraft voraus und so, dann sollte man wirklich verstanden haben, was hier im Einzelnen dahinter steckt und ich würde mal einfach raten, dass vielleicht sehr, sehr viele in letzter Konsequenz hier nicht verstanden haben, was dahinter steckt und deswegen möchte ich dieses oder wollte ich dieses Video hier trotzdem drehen, einfach um euch so ein bisschen zu zeigen, es geht vielleicht auch anderen so, auch wenn der Einzelne das in seinen YouTube-Videos vielleicht nicht immer so zugeben möchte. Deswegen dieses Video nochmal als kleiner Reminder, dass ihr unterscheiden solltet zwischen investieren und spekulieren, beides gestrickt voneinander trennen solltet und wenn es um das Investieren geht, dass ihr dann nach Möglichkeit nur da rein investiert, was ihr auch wirklich verstanden habt. Was uns zu der abschließenden Frage führt, wohin kann es denn hier mit dem Sui-Coin gehen? Jetzt sagt ihr natürlich nicht zu Unrecht, ja wenn der Typ nicht mal verstanden hat, was da bei Sui wirklich technisch passiert, wie will der uns dann erklären, wohin der Coin morgen, übermorgen, nächste Woche, nächsten Monat oder nächstes Jahr geht? Ist durchaus was dran, gebe ich euch sogar recht, aber im Cryptospace ist es halt so, dass die Sachen sehr, sehr spekulativ sind, übrigens auch bei Bitcoin, auch wenn das gerne immer mal so ein bisschen unter den Tisch fällt, beziehungsweise nur so eine Randerwähnung ist, Kryptowährungen sind hoch spekulativ und da kann euch niemand, wirklich niemand, irgendeinen Indikator, irgendein zuverlässiges Signal geben oder was auch immer, wo eine Kryptowährung nächsten Monat, nächstes Jahr oder wann auch immer irgendwo stehen wird. Denkt einfach mal an März diesen Jahres zurück, wo die meisten Kryptowährungen richtig, richtig weit oben waren, vielleicht ein bisschen unter Alltime High, wo man darauf gewartet hat, dass endlich neue Hochs angelaufen werden, wo natürlich jedem klar war, dass es hier nur weiter nach oben gehen kann. Den zwischenzeitlichen Abverkauf, das hatten höchstwahrscheinlich die wenigsten auf dem Schirm und als die Kryptowährungen dann nach unten durchverkauft wurden, insbesondere auch am 5. August diesen Jahres, ihr erinnert euch hoffentlich, haben wirklich die wenigsten gedacht, dass es dann nochmal richtig, richtig stark nach oben geht, innerhalb von wenigen Tagen, ein, zwei Wochen oder was auch immer. Und so ist es halt. Man lebt im Cryptospace immer sehr von diesen Emotionen und man sollte sich so ein bisschen davon verabschieden, wirklich wissen zu wollen oder prognostizieren zu können, wo der Cryptospace morgen, nächste Woche und insbesondere diese eine Coin, den ich hier kaufe, den ich jetzt gerade analysiere, wo der nächste Woche oder nächsten Monat steht. Ich würde euch sehr, sehr gerne was anderes erzählen. Ich könnte hier auch Chartlinien, Widerstandslinien und alles Mögliche einzeichnen und dann darüber philosophieren, wohin der Kurs als nächstes geht, was die höhere Wahrscheinlichkeit ist oder vielleicht auch nicht ist. Aber das ist letzten Endes, zumindest von meinem Empfinden her, bei solch hoch spekulativen Assets wie Kryptos nun mal sind, das ist eher zweitrangig, weil man es halt selbst mit Charttechnik und selbst mit entsprechenden Tradingkenntnissen sehr, sehr schwierig voraussehen kann. Aber das ist hier nur meine Meinung. Die kann richtig sein, die kann falsch sein. Deswegen würde mich interessieren, was ihr denn dazu zu sagen habt. Ob ihr Sui schon selber gekauft habt, ob ihr richtig, richtig Reibach gemacht habt, denkt an die Steuer oder ob ihr sagt, nee, Sui, das habe ich tatsächlich auch nicht richtig verstanden und durch dein Video hier bin ich erstmal wirklich darauf aufmerksam geworden. Oder ob ihr sagt, ich habe das alles richtig verstanden, Junge, der Scholz ist ja richtig dumm. Ich schreibe dem jetzt erstmal richtig in die Kommentare, wie dumm der ist und erkläre dem das alles. Würde mich riesig drüber freuen, wenn ihr euch einbringt. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst Daumen, Glöckchen und das Abo nicht und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. 1 1 1 Vielen Dank.